Eine Frau, die noch nie etwas Unanständiges getan hat, entdeckt plötzlich, dass sie in eine Liebesaffäre mit einem Musiker gerät. Das ist etwas vage, Alice. Wer ist diese Frau? Wer ist der Mann? Wer ist der arme Ehemann? Was macht die Story interessant? Ist sie schlüpfrig? Geht es dabei um Sex? Ist sie pervers? Trägst du diese Wäsche, die ich dir gekauft habe? Wie entwickelt sich die Affäre? Was ist das? Wo bin ich?